Wo ist die Kirschen her? Gab's die am Bahnhof? Zeugkontrolle der Deutschen Demokratischen Republik? Aus dem Westen? Aus dem Süden. Ich wünsch mir auch mal ne Frau mit Sohn hauen. Aber meine Mutter kannste nicht heran. Ihr seid ja nicht in der Kirche. Für solche Jahre würde ich auch in ne Kirche gehen. Wird sich dein Vater aber freuen. Jonas Mutter hat nen Ausreiseantrag gestellt. Ich habe den Genossen versichert, dass wir keine Kontakte in den Westen haben. Das gilt auch für Republikflüchtige. Du spielst nicht mehr mit Jonas. Nach Australien? Wenn du hier ein Loch brüttelst durch den Mittelpunkt der Erde, sparst du sogar ein paar Kilometer. 15.752 Kilometer. Wenn sie angekommen sind, warten schon die Aborigines auf uns. Schöne das Tempo halten. Ihr Sohn hat das Zeug zu einem neuen Emil Zattopäck. Wenn wir Blutsbrüder sind, sind wir unzertrennlich. Nicht mit Ostler-Westler. Sozialismus, Kapitalismus. Im Grenzgebiet mit dem Fernglas operieren. Fliegen! Wollt ihr, dass wir in Eisenhüttenstadt wohnen? Nein, nein. Zeigt mir mal das Fernglas. Dann verhaltet euch auch so. Ihr müsst doch gar nicht packen. Das kann doch ewig dauern. Der Schlüssel. Wir reisen morgen früh aus. Der Zettel. Jonas? Machen Sie mal die Tür auf. Mein Sohn ist da grad raus. Jonas! Nein! Nein! Da ist der Haus. Machen Sie die Tür auf! Es gibt keinen Jonas Kramowski. Oder haben Sie es nicht verstanden? Dann wird's ernst. Und nicht nur für deinen Sohn.